Faust, Folge 8, Straße. Mit dieser Szene setzt die Gretchenhandlung ein. Die Gretchentragödie beginnt mit dieser, ich nenne sie einfach mal ganz lax, Anmachszene. Mein schönes Fräulein, darf ich's wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen? Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleit nach Hause gehen. Faust kommt also hier in der Öffentlichkeit erst einmal nicht zum Zug, aber er tränkt Mephisto. Wenn nicht das süße junge Blut heute Nacht in meinen Armen ruht, so sind wir um Mitternacht geschieden. Also diese Begierde, die in Faust ausgelöst wurde, die hat bei ihm kräftige Nachwirkungen und er möchte Gretchen so schnell als möglich besitzen. Begierde, die in Faust ausgelöst wurde, die in Faust ausgelöst wurde, die in Faust ausgelöst wurde. Begierde, die in Faust ausgelöst wurde, den Auf sekundern ges Damn abatmung,